Das Push Weekend dieses Jahr wird mächtig, voll von Wundern. Es wird viele Leben berühren und verändern. Das Thema dieses Jahr ist No Limit, keine Grenzen. Das Push Weekend startet am 3. Juni und dauert bis am Abend des 5. Junis. Du willst auf keinen Fall verpassen wollen, was der Herr dieses Jahr tun wird. Heute wirst du gepusht werden. Du wirst gestoßen werden. Du wirst gestoßen. Gott ist es hier. Das Feuer des Heiligen Geistes. Feuer um die Wahl. Danke Jesus. Komm in dieser Zeit und höre, was Gott sagt und dein Leben wird für immer verändert sein. Vergiss nicht, vom 3. bis 5. Juni 2016 werden wir diese himmlische Zeit haben. Das Thema ist No Limit, keine Grenzen. Gott wird uns aus unseren engen Ecken hinaustüren. An einen Ort der Zeichen und Wunder in Jesu Namen. Ja. Amen. Vielen Dank.